Jetzt haben Wissenschaftler etwas Sensationelles herausgefunden, und zwar gegen Juckreiz hilft Kratzen. Das Kratzen unterbricht die Kommunikation bestimmter Zellen zum Rückenmark, die das Jucksignal weiterleiten. Allerdings, und das tut mir jetzt echt leid für die Leute, bei denen das funktioniert, löst die Erwähnung des Themas schon den Juckreiz aus. Entschuldigung. Hier, ich kratze auch. Und ich wechsle das Thema, denn mein Begifte mit Bruna hat schon gar kein Juckreiz mehr. Morgen geht's weiter.